Das folgende Video wird ein 20-minütiger, nicht geskripteter Labertalk von einem Hobby-Schreiberling. Ich rede darüber, wie es dazu kam, dass ich jetzt wieder mehr schreibe, wie ich dafür sorge, dass ich mehr schreibe und an was für einem größeren Projekt ich derzeit arbeite. Des Weiteren rede ich über Formalien beim Schreiben und ich rede ein bisschen über Veröffentlichungen von Büchern. Also hol dir am besten was Leckeres zu trinken oder zu essen oder beides und dann let's go! Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und es ist ein Video, von dem ich nicht weiß, ob es irgendwen interessiert, weil es eben keine Buchvorstellung ist, sondern ein bisschen eine Plauderei ist von mir. Ich habe ja letztens ein Video darüber gemacht, dass ich in letzter Zeit sehr viel weniger lese und jetzt möchte ich über einen der Gründe reden. Also es ist zum einen eben deshalb, weil ich einfach viel mehr anderes Zeug momentan in meiner Freizeit mache und ich tatsächlich weniger dazu komme, weil das Lesen gerade nicht so eine Priorität bei mir tatsächlich hat, was auf der einen Seite schade ist, auf der anderen Seite ist es nun mal auch so, aber genau, ich schreibe jetzt halt auch viel mehr selber. Die eine coole Sache, also eine der coolen Sachen am Lesen ist halt dieses Eintauchen in andere Geschichten. Man hat das eigene Leben, das ist die eine Geschichte und das Coole am Lesen ist halt, dass man mal in andere Geschichten eintauchen kann und momentan tauche ich halt in Geschichten ein, die ich mir selber ausdenke, weil ich da was aktiv mache. Ich kann selber bestimmen oder selber horchen, wie diese Geschichte funktioniert und wie sie abläuft und das macht mir zurzeit super viel Spaß. Ich schreibe jetzt schon sehr lange. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon mit acht oder neun oder so die ersten Geschichten geschrieben. Das war damals irgendwie von so einem Skikurs. Da gab es so dieses Maskottchen und in dem Bus, wenn wir da hingefahren sind immer und auf dem Rückweg, da wurde immer irgendwie was vorgelesen, eine Geschichte über dieses Maskottchen sozusagen. Und dann wurde irgendwie, glaube ich, mal gesagt, hey, wer Lust hat, der kann sich ja mal selber was dazu ausdenken. Und das habe ich halt wörtlich genommen und habe das halt gemacht. Und da glaube ich, ich glaube, das waren tatsächlich die ersten Geschichten, die ich geschrieben habe. Und später, wie ich zehn, elf, zwölf war, habe ich das weiter gemacht dann mit anderen Themen, meine eigenen Themen dann, wobei man da auch sagen muss, dass es natürlich immer sehr inspiriert war von dem, was mich derzeit begeistert hat. Und unter anderem ganz klar Harry Potter, aber auch andere Geschichten. Trotzdem habe ich da einfach meine eigenen Sachen geschrieben und bin tatsächlich mit, keine Ahnung, 14, 15 oder so bin ich ein bisschen darin versumpft, habe da aufgehört mit, weil, nicht weil ich keine Lust mehr auf Schreiben hatte, sondern weil ich frustriert davon war, dass ich so viele Ansprüche jetzt habe, dass ich irgendwie immer sage, ich will ein Buch schreiben und dann habe ich Ideen. Und ja, es ist dann einfach an der Umsetzung tatsächlich gescheitert, dass ich gesagt habe, ich mag mich damit nicht beschäftigen und das ist so viel Arbeit bei so einem Buch, das ist so viel mehr Arbeit als so eine kleine Geschichte, sage ich mal. Und habe einfach aufgehört. Und dann habe ich mit 19 ungefähr, glaube ich, wieder angefangen, mehr zu schreiben. Ich glaube, das wurde auch damals durch so einen Writing Prompt inspiriert. Also das sind diese Dinge, die man vielleicht so aus der Schule noch so von Reizwortgeschichten kennt, dass man so ein Wort hat und dazu sich was ausdenkt oder vielleicht einen Satz. Und ich glaube, in dem Fall war es ein Satz. Und dazu habe ich mir eine Geschichte ausgedacht. Und die war dann halt mal nur eine Seite lang. Und ich habe mir gesagt, scheißegal, wie lang die Geschichte wird eben. Und das hat mich wieder voll motiviert. Genau dieser Gedanke so. Ist doch total egal, wie lang das wird und wenn es nur eine Seite wird. Und ich war dann auch wieder deutlich älter als eben mit 12, 13. Habe andere Themen gehabt, die mich jetzt beschäftigen. Tiefgründigere Themen, Gedanken, Fragen. Und das hat mir schon jetzt die Jahre immer viel Spaß gemacht. Aber ich habe es auch sehr wenig gemacht. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich im ganzen Jahr drei so Kurzgeschichten geschrieben, was okay ist, aber jetzt auch nicht ultra viel. Ich habe mir auch keinen Druck gemacht, dass es mehr sein müsste oder so. Dieses Jahr ist es aber ja schon deutlich mehr gewesen. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie schon so fünf Geschichten geschrieben, wie es, also von der Länge, wie es letztes Jahr war. Und dann kommen natürlich noch die acht Geschichten, glaube ich, dazu. So Mini-Stories, die ich auf Instagram veröffentlicht habe. Übrigens, die langen Kurzgeschichten sozusagen, meine normalen Kurzgeschichten, die finden sich auf Spotify. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Mein Instagram-Account ist da auch verlinkt. Denn da hatte ich jetzt letztens mal so ein Projekt. Ich mache nämlich zur Zeit, also schon fast ein Jahr mit einem Freund sozusagen so eine Creative Time, nennen wir das, wo wir uns zusammen callen über Discord und dann quatschen wir, machen kreativen Stuff. Er ist übelster Künstler, also er macht so richtig viel, also er zeichnet richtig viel. Wenn euch das interessiert, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung. Da ist auch sein Instagram-Account verlinkt, der ist öffentlich, also da kann man auch ein bisschen drauf schauen. Und genau, er zeichnet dann total viel, während wir quatschen. Er macht das so nebenbei. Und ich schreibe sozusagen dann nebenbei. Aber das Problem dabei ist halt so ein bisschen, schreiben kann ich halt nicht nebenbei. Also zeichnen geht da gut nebenbei, aber schreiben halt nicht, weil da muss ich mich drauf konzentrieren. Aber was mir eben aufgefallen ist, ist, dass ich super gerne, oder dass es mir super viel hilft, über meine Geschichten zu reden, auch im Schreibprozess sozusagen. Also bei diesen Mini-Stories, die ich jetzt im Oktober geschrieben habe. Der Kumpel von mir, der macht dann eben mal auch bei diesem Inktober mit. Also Inktober ist dann, kriegst quasi für jeden Tag im Oktober ein Wort. Und zudem zeichnet man dann irgendwas. Und das macht man jeden Tag im Oktober. Ich habe mir gedacht, das wäre auch mal cool zum Schreiben. Und habe mir halt so eine random Wörterliste rausgesucht. Ich habe jetzt bei weitem nicht jeden Tag das geschafft. Es sind jetzt eben insgesamt acht Geschichten im Oktober geworden. Habe mich halt wirklich jedes Mal, wenn ich Zeit hatte, da hingesetzt. Und überlegt, was fällt mir zu diesem Wort ein? Was für eine Situation, was für eine Atmosphäre kommt mir da in den Kopf? Und habe das dann eben zu Papier gebracht. Und da hat es mir voll viel geholfen. Einfach mal, dann sitze ich da mit dem Kumpel von mir und ich sage, das Wort ist jetzt übrigens das. Da fällt mir als erstes dies ein und dann erzähle ich. Und dann lässt er auch seine Gedanken dazu einfließen und sagt halt, hey, das finde ich voll cool. Oder ja, das stört mich noch so ein bisschen daran. Oder das ist mega cool, so einen Blick von außen eben zu haben. Das hilft mir voll. Und das heißt, ich habe jetzt schon dadurch so ein bisschen eine Routine gekriegt, habe ich aber auch außerhalb davon so ein bisschen. Mir ist aufgefallen, wenn ich diese Routine nicht habe, dann fange ich halt mal vielleicht irgendwann an zu schreiben und dann schreibe ich halt mal zwei, drei Monate nicht. Und dann irgendwann geht es mal weiter. Und mit dieser Routine ist halt so, hey, immer an diesem und jenen Tag setze ich mich mal hin. Und entweder da kommt dann irgendwas, ich schreibe irgendwas auf oder ich schreibe halt nichts auf, so. Weil schreiben kann ich auch nicht auf Knopfdruck, so. Manchmal kommt dann was und manchmal nicht. Und das ist das, wo ich sehr froh drüber bin, dass ich jetzt eben kein Berufsautor bin, der dann unter Druck steht und wirklich was schreiben muss. Weil das kann ich nicht. So kann ich halt sagen, jetzt kommt halt nichts, dann probiere ich es halt morgen oder übermorgen. Oder in der Woche halt nochmal. Aber grundsätzlich, diese Routine hilft mir halt schon. Dass ich jetzt auch mal sage, vielleicht, ich setze mich mal jetzt woanders hin. Mal nicht hier am Schreibtisch, sondern an den anderen Tisch da hinten. Und mein Handy bleibt hier und alles andere bleibt hier. Ich sitze dann ja nur. Und wenn ich halt mal zehn Minuten da sitze und gar nichts schreibe, sondern nur meine Gedanken kreisen lasse, ist es auch okay. Aber ich mache das halt. Und das hilft mir schon. Jetzt ist das Verrückte tatsächlich, dass ich letztens habe ich eines dieser Wörter zu dieser Mini-Story. Im Oktober sozusagen gehabt. Das war das Wort Sleep. Und ich habe dazu so eine Mini-Story geschrieben. Und habe die dann dem Kumpel von mir mal vorgelesen. Und er war so, ja, das ist voll cool. Aber irgendwas fehlt da noch. Und ich war so, okay, was denn? Und dann hat er es mir so erklärt. Und ich konnte es nachvollziehen. Habe aber irgendwie so ein bisschen gesagt, ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich sehe das nicht so. Ich finde, das ist okay, so wie es ist. Und dann ist es halt ein unterschiedlicher Geschmack, was ja auch mal okay ist. Und ich lasse es aber so. Und später habe ich mir dann aber gedacht, ey, ich glaube, ich könnte das noch verbessern, indem das doch mal ein langes Projekt wird. Oder zumindest ein längeres Projekt, sage ich mal. Ich habe mich immer darauf fokussiert, Kurzgeschichten zu schreiben, diese Momentaufnahmen. Also gar nicht mal so sehr mit einer Story und einem Plot, sondern einfach nur so eine Situation zu beschreiben und eine Atmosphäre aufzufangen und vielleicht mal eine Frage zu beantworten, die mich beschäftigt oder so. Und hier jetzt habe ich mir gedacht, ich glaube, dass diese Geschichte, die mir da eingefallen ist, noch viel mehr bietet als nur diese Situation. Und ich weiß nicht, wie lang das wird. Das wird jetzt kein Roman wahrscheinlich mit 300 Seiten oder so. Aber es wird auf jeden Fall mehr als so eine Kurzgeschichte. Und das habe ich dann eben mal angefangen zu schreiben und habe das sozusagen nach dem gleichen Muster gemacht, wie ich das meistens mache, sodass ich einfach anfange zu schreiben und noch gar nicht so richtig weiß, wo es hinführt. Und das sehe ich dann halt schon, wo es hinführt. Und zwischendurch kristallisiert sich das raus und dann läuft es halt so oder so oder so. Ich habe das so ein bisschen auch von Stephen King. Der hat das selber so beschrieben, dass er es so auch macht. Also einfach anfängt zu schreiben und gar nicht weiß, wo es hinführt. Was ich immer noch bei ihm super beeindruckend finde, weil er schreibt ja nicht diese Kurzgeschichten, sondern so fette Schinken. Also wenn man mal so ein S betrachtet, aber auch andere Bücher von ihm, auch so ein 500 Seiten Buch, ist doch crazy, dass er da anfängt, ohne zu wissen, wo es hinführt und es trotzdem Hand und Fuß am Ende hat und er sich da nicht verzettelt. Und mittlerweile kann ich es noch viel, also bewundere ich es noch viel mehr, weil ich eben bemerkt habe, so bei den Kurzgeschichten, die ich schreibe, da funktioniert es gut. Da kann ich das auch. Ich fange einfach an und schaue, wo es hinführt. Aber je länger jetzt mein aktuelles Projekt wird, desto mehr habe ich Angst, mich zu verzetteln, wenn ich einfach nur so weiterschreibe. Und letztens ist es mal dazu gekommen, dass ich, also ich habe, sage ich mal so, ich habe angefangen zu schreiben, habe Situationen beschrieben, einzelne Situationen, andere Blickwinkel und vielleicht ein bisschen mehr Charaktere eingeführt, als ich sonst in so einer Kurzgeschichte habe. Aber ich habe einfach drauf losgeschrieben. Und irgendwann habe ich angefangen, mir so Gedanken zu machen über die Welt, in der das spielt. Und über sozusagen Gesetze, so ein Worldbuilding und Vorgeschichten von Charakteren, die Auswirkungen auf diese Geschichte haben. Und plötzlich dachte ich mir, scheiße, ich muss das jetzt, glaube ich, einmal so auffangen und sozusagen so Gesetze gestalten, wonach ich mich richten kann. Und habe hier angefangen, Notizen zu machen, was ich eigentlich nie mache bei Kurzgeschichten. Ich habe hier, das ist so ein Zettel mit Notizen, dann habe ich hier eine Skizze und so und so und tralala und hier habe ich mal eine Timeline gemacht von dem, was bis jetzt geschrieben wurde, sodass ich dann einen Überblick habe, in welcher Reihenfolge was passiert ist. Weil je mehr eben passiert ist, desto mehr habe ich das Gefühl, verliere ich das aus dem Blick, passt das eigentlich alles noch zusammen, macht Sinn, diese Struktur, in der ich das geschrieben habe. Und dann habe ich einfach mal eine Session sozusagen nur damit verbracht, mir Gedanken über die Backstory von zwei Charakteren zu machen. Und das ist, was ich eben, wie gesagt, sonst nie gemacht habe, weil es nicht nötig war, weil ich ja immer nur so einzelne Situationen beschreibe und gar nicht so eine richtige Geschichte mit Plot. Aber hier muss ich es jetzt machen, weil sonst würde das Ganze gar kein Hand und Fuß haben und ich würde mich voll verzetteln. Und ich habe gemerkt, es macht mir tatsächlich nicht so viel Spaß, das Plotten. Aber, naja, es ist nötig. Und was mir da eben voll hilft, ist, mit diesem einen Freund von mir darüber zu reden. Naja, wir setzen uns dann für diese Creative Time zusammen und er erzählt erst was von seinem Stuff und dann erzähle ich mir von meinem Stuff. Und es ist gar nicht groß so, dass er dann irgendwie mir irgendwie hilft mit Ideen oder so. Das will ich ja auch nicht. Es soll ja meine Geschichte bleiben. Aber er hilft mir, indem er halt mal irgendwie, also ich fange an zu erzählen und dann wirft er halt mal ein, hey, das kapiere ich gar nicht oder so. Das musst du irgendwie besser beschreiben oder vielleicht, das ist mir zu krass oder das ist zu, das kommt zu sehr aus dem Nichts, das musst du auch noch genauer beschreiben oder so. Oder er sagt halt auch einfach mal nur so, ey, das taugt mir richtig. Und das hilft mir voll, weil ich einfach ins Erzählen komme. Und durch dieses Erzählen kann ich meine Gedanken viel besser sortieren. Und dann kommen auch viel mehr Ideen. Das ist eben was, was mir voll hilft. Und naja, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wo diese Geschichte hinführt. Es ist jetzt schon auf jeden Fall länger als die längste Kurzgeschichte, die ich jemals geschrieben habe. Es sind gerade bei zwölf Word-Seiten, glaube ich, ungefähr. Und als ich das mal so überlegt habe, ist mir dann aufgefallen, also habe ich so angefangen zu überlegen, ja, wie ist denn das eigentlich mit Seiten? Weil so eine Word-Seite besteht doch, ist doch größer als so eine Seite in so einem Buch. Es ist ja A4 eigentlich und ein Buch ist ja nie A4, es ist ja eher so A5 im Schnitt so ungefähr. Und dann habe ich mal mich informiert, wie groß ist denn so eine Seite in so einem Buch? Und es gibt tatsächlich Normseiten. Es gibt sowas wie eine Normseite, die im Schnitt tatsächlich aus 250 Wörtern besteht. Und das kam mir erst mal so, echt, kann man das so festnageln auf 250 Wörter? Natürlich nur ungefähr. Aber hey, du kannst dir jetzt einfach mal aus deinem Bücherregal so ein Buch nehmen und einfach mal nachrechnen. Also du musst jetzt nicht die Wörter auf der Seite zählen, aber zähl halt einfach mal die Wörter in der Reihe, in einer Zeile und zähl dann mal die Zeilen. By the way, es sind ungefähr 30 Zeilen im Schnitt. Mal sind es vielleicht 29, 28 oder auch mal 32 Zeilen. Bei Stephen King habe ich auch mal ein Buch gesehen, wo es eben 40 Zeilen gab. Aber sonst im Schnitt sind es ungefähr 30 Zeilen und dann auf einer Seite 250 Wörter. Das ist dann so eine Normseite. Und jetzt habe ich eben festgestellt, so eine Wordseite bei mir mit Schriftgröße 12 sind halt ungefähr 650 Wörter oder so. Und das heißt, eine Wordseite entspricht halt sogar mehr als zwei so Normseiten. Das heißt, wenn ich jetzt gerade zwölf so Seiten bei Word habe, dann sind es halt mehr als 24 so Normseiten schon. Und ich, wie gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung, wie lang das insgesamt werden wird. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass es keine 300 Seiten wird und erst recht nicht länger. Tatsächlich glaube ich, dass es unter 100 Seiten bleibt. Da, wie gesagt, muss ich noch schauen, wo es hinführt. Und ein bisschen schade finde ich das halt, weil ich so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt habe, wie wäre das, wenn ich das dann irgendwie mal veröffentliche. Aber auch da habe ich recherchiert und es hat sich herausgestellt, boah, also das ganze Verlagswesen und Bücher veröffentlichen, das ist super schwierig. Also so ein Vergleich, den ich gehört habe oder so eine Veranschaulichung. Also je größer der Verlag, desto schwieriger natürlich. Stell dir vor, du hast so einen Verlag und dem werden tausend Manuskripte eingeschickt. Also jetzt wirklich die Zahl tausend und eins davon nehmen sie. Und da muss das halt natürlich schon ziemlich gut sein, was du hast. Und weiß ich nicht, ob es das ist. Und da muss das natürlich ins Verlagprogramm passen. Und es muss generell leicht zu vermarkten sein. Und da gibt es so krasse Kategorien. Es wird alles so kategorisiert und in Schubladen gesteckt. Das ist so crazy. Also es gibt ja nicht nur verschiedene Genres, wo deine Geschichte reinpassen muss. Also ist das jetzt Fantasy, ist das Horror, ist das ein Liebesroman, whatever. Sondern auch textgattungsmäßig, auch von der Länge her, muss das so krass in eine Kategorie passen. Und ich glaube, das ist bei meiner Geschichte das größte Problem, dass es halt wahrscheinlich so von der Textgattung her auf eine Novelle hinausläuft. Und so von dem, was ich gehört habe, sind Novellen nicht das Gefragteste aktuell. Was sehr schade ist. Aber das Gefragteste sind halt Romane. Auch Kurzgeschichten sind nicht so besonders gefragt. Also auch so eine Kurzgeschichtensammlung ist tatsächlich schwierig. Und Novellen halt auch. Wenn ich jetzt irgendeinen Roman mit 400, 500 Seiten hätte, dann wäre es schon leichter vielleicht. Oder sagen wir 300 Seiten. Aber mit so 50 bis 100 Seiten oder sagen wir 100 Seiten, das ist eben schwierig. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber keine Ahnung, was eben daraus werden wird. Und ich meine, das sind ja jetzt nicht die ausschlaggebenden Gedanken, die ich mir da mache zum Veröffentlichen. Klar, so ein bisschen ist es immer cool für den Ansporn, wenn man weiß, was man mit der fertigen Geschichte machen wird. Und wenn man die schreibt und sich die ganze Zeit nur vorstellt, boah, das wird nicht im Buchlauen stehen. Das wird kein Verlag nehmen oder so. Und dann ist das unmotivierend. Und ich habe da keinen Bock drauf, dann zu schreiben. Dann solltest du dir halt über deine Motivation Gedanken machen. In erster Linie geht es natürlich ums Schreiben. Und hey, schau dir mich an. Ich veröffentliche meine Geschichten auch nicht in dem Sinne, dass die als Bücher erscheinen. Aber ich habe halt mir gedacht, also ich mache halt Hörbücher draus und habe die immer auf YouTube hochgeladen, bis ich sogar irgendwann mal herausgefunden habe, wie einfach man die auch auf Spotify hochladen kann, so als Podcast. Und jetzt habe ich die halt auf Spotify. Und das ist auch cool. Da kann ich das auch promoten. Da muss ich mir übrigens auch mal ein bisschen mehr überlegen, damit das auch mal mehr Leute hören. Weil, um ehrlich zu sein, hören das nicht so viele Leute. Aber es muss halt auch nicht immer so in Buchform und über einen Verlag sein. Und hey, wenn du auch nicht jetzt gerne das vorliest oder als Hörbuch machen willst, was ja auch sein kann, dann kannst du es auch auf diversen Schreibwebsites hochladen. Ich meine, da gibt es so viele Sachen. Wordpad kennen viele Leute. Das ist viel so Fanfiction-Zeug. Belletristica ist so ein Ding, wo ich auch einige meiner Geschichten hochgeladen habe. Müsste ich auch mal wieder mehr machen, weil ich habe tatsächlich nur meine ersten paar Geschichten auf Belletristica hochgeladen und dann irgendwann das aufgehört, als ich angefangen habe, die immer als Hörbuch auf YouTube beziehungsweise auf Spotify hochzuladen. Aber auch das ist eine gute Plattform. Und die Community dort ist eigentlich mega cool drauf. Wenn die Leute dann die Geschichte lesen, dann schreiben die super liebe Kommentare oder auch in dem Sinne, dass sie dir krass cooles Feedback geben. Einfach sagen, hier ist mir das und das aufgefallen oder cool wäre noch, wenn du das und das machen würdest. Das ist eigentlich so viel wert, auch gerade für den Anfang. Und das müsste ich auch mal wieder mehr machen. Und was ich damit sagen will, ist, mach dir nicht so viele Gedanken über dieses scheiß Verlagswesen oder so. Du musst dein Buch nicht oder dein Text, deine Geschichte nicht direkt als Buch im Buchladen stehen haben. Vielleicht ist das nur ein cooles langfristiges Ziel, aber komm erst mal vielleicht doch von dem Gedanken weg und schau, wie kannst du es vielleicht doch anders, anderweitig auch veröffentlichen, in Textform auf solchen Websites. Oder vielleicht macht es dir auch voll Spaß, das als Hörbuch einzusprechen und dann machst du es wie ich. Kann ja auch sein. Ich bin auf jeden Fall damit gerade mega zufrieden. Also ich bin gerade richtig happy da mit meinem Schreibverhalten. Also wenn ich es mal vergleiche mit letztem Jahr, wo ich so alle paar Monate mal geschrieben habe und jetzt setze ich mich eigentlich mindestens einmal pro Woche, wenn nicht öfters, setze ich mich hin und schreibe ein bisschen oder brainstorme halt auch mal nur ein bisschen oder quatsche auch mal nur ein bisschen drüber und baue da so ein bisschen eine Welt auf, ein bisschen ausführlicher eben auch noch als meine Kurzgeschichten bisher und auch dieses Mini-Story-Projekt im Oktober. Das hat mir auch voll Spaß gemacht. Das mache ich bestimmt irgendwann nochmal. Es ist einfach, sage ich mal, das Beste vom Lesen, so dieses Eintauchen in eine Welt, bloß dass ich aktiv was mache und dass ich es selber gestalten kann. Und das kann manchmal super frustrierend sein, weil es manchmal einfach Stau gibt im Kopf und Sortieren von Gedanken manchmal echt schwierig ist und manchmal kommen gar keine Gedanken. Aber es macht im Großen und Ganzen schon sehr viel Spaß und ich kann es nur jedem empfehlen. Ich weiß nicht, was für eine Wirkung das jetzt auf irgendwen hat, der sich das anhört. Ich sehe auch gerade, es ist gerade schon länger als eine Viertelstunde mein Geschwafel hier. Ich weiß nicht, ob sich überhaupt jemand bis hierhin angehört hat. Aber vielleicht denkt sich ja irgendjemand, ey, ich wollte auch schon immer mal schreiben, habe aber immer gedacht, ich weiß nicht wie. Wie, naja, was ich dazu sagen kann, ist, scheiß drauf, wie das Erste, was du machen musst, ist halt einfach mal anfangen und dann siehst du selber, wie du es hinkriegst. Bei mir ist es eben auch einfach aus dem, es ist es im Grunde aus dem Leben von einem, der hauptberuflich und Vollzeit was ganz anderes macht und hier als Hobby einfach mal sich an den Rechner setzt und angefangen hat zu schreiben. Und so ist es vermutlich bei jedem. Und ob da jetzt was Großes draus wird oder so, scheiß doch drauf. Schreib halt einfach und musst halt rausfinden, was so deine Technik ist. Schreibst du einfach drauf los, so wie ich zum Beispiel das eben mache bei meinen Kurzgeschichten oder plottest du halt lieber direkt mal, so wie ich das jetzt eben ein bisschen angefangen habe bei meiner ausführlicheren Geschichte. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Leute, die fangen immer von vornherein erstmal an zu plotten. Die überlegen sich, bevor sie das erste Wort schreiben, die komplette Geschichte von vorn bis hinten. Musst du halt rausfinden. Und wenn dir das Spaß macht, dann mach es einfach. Dann setz dir einfach mal einen Tag die Woche, wo du dich hinsetzt. Und mach dir keinen Druck, dass du da dann immer 100 Wörter schreiben musst oder 1000 Wörter oder wie viel auch immer. Aber setz dich auf jeden Fall hin und setz dich woanders hin, als du sonst sitzt. Tu dein Handy weg und dann schreibst du einfach mal. Und wenn halt mal nichts kommt, dann kommt halt nichts. Aber du denkst mal drüber nach und lässt die Gedanken auf dich wirken. Und das kann, glaube ich, auch super befreiend sein. Gerade wenn man so ein Leben hat, wo man wenig zum Nachdenken kommt, ist das, glaube ich, immer super. Nachdenken ist generell super. Aber ich merke gerade, also 20 Minuten, das reicht langsam. Ich höre mal auf zu schlafen jetzt. Und ja, was soll mein Schlusswort sein? Schreibe. Schreib. Fang einfach an. So. Wort zum Sonntag. Ciao.